Einen schönen guten Morgen und ich beginne direkt am 5. September hier mit dem DAX im hier vorliegenden Tagesschart. Wir sind hier in einer Korrektur aktuell in dem übergeordneten Aufwärtstrend seit dem Verlaubstief bei 17.023 Punkten. Die Korrektur war mehr als überfällig, wie man hier auch am Tagesschart erkennen kann. Wir sind hier in den Vorwochen kontinuierlich nur noch nach oben durchgebrochen hier, ohne einen echten Rücksetzer und haben dann im Verlaufstuch der Aufwärtsbewegung 18.973 Punkte erreicht. Erst dann kam es zu einem Rücklauf und wir sind dann auch in den alten fallenden Trendkanal wieder zurückgekehrt und notieren aktuell etwas unter dem 10er EMA sowie direkt an der Unterstützung von 18.550 Punkten ungefähr. Die Frage ist nun, ob wir nun einen ganz normalen Rücksetzer durchführen oder ob es bereits der Beginn der Herbstkorrektur ist, die ja erwartet wird, aber normalerweise etwas später beginnt. Zudem deutet auch die LJ-Wellen-Theorie eher darauf hin, dass wir noch vor einem weiteren Hochlauf stehen und erst dann die echte Abwärtsbewegung kommt. Aber auch da gibt es natürlich immer alternative Counts. Insofern muss man auch damit rechnen, dass die Herbstkorrektur bereits begonnen hat und wir dann in den kommenden Wochen noch deutlich tiefer notieren werden, was natürlich auch gut ist, weil dies dann Einstiegschancen bietet für die erwartete Jahresendrallye. Auf der Unterseite haben wir auch hier die Ichimoku-Wolke vorliegen, die ja deutlich hier nach unten abfällt, ich habe bereits am Vortag darauf hingewiesen. Solange wir über der Ichimoku-Wolke notieren, ist langfristig alles im grünen Bereich. Das bedeutet, eine mögliche Korrektur könnte noch bis in den Bereich hier von ungefähr 17.800 Punkte laufen, ohne dass sich die bullische Lage hier deutlich verändern würde. Sollte es dann zu einer tieferen Korrektur kommen, dann rechne ich eher damit, dass diese im Bereich von 17.500 bis 18.000 Punkte ungefähr auslaufen wird. Und da sich hier die Ichimoku-Wolke auf der Unterseite im Bereich von 17.900 bis 17.800 Punkten ungefähr befindet, könnte dies ein möglicher Anlaufpunkt sein. Wir machen dann weiter mit dem 4-Stunden-Chart, der für den kurzfristigen Verlauf im DAX wichtig ist. Da sehen wir, dass wir hier nicht nur unter den 10er EMA im 4-Stunden-Chart gefallen sind, sondern auch unter den 50er EMA gefallen sind und diesen auch nicht bisher zurückerobern konnten. Solange wir hier unter dem 50er und 10er EMA notieren, ist dann eher mit direkt weiter fallenden Kursen zu rechnen. Die nächste Anlaufmarke wäre dann im 4-Stunden-Chart der 200er EMA, derzeit bei 18.365 Punkten. Wir machen dann weiter mit dem 4-Stunden-Chart im hier vorliegenden S&P 500, der ja auch als Taktgeber gilt für den deutschen Leitindex DAX. Da sehen wir, dass wir hier aus der Ichimoku-Wolke nach unten ausgebrochen sind, uns außerdem unter dem 10er EMA aufhalten, den wir hier am Vortag nicht zurückerobern konnten, was eben darauf hindeutet, dass wir hier eher vor weiteren Abgaben stehen dürften. Solange wir also hier unter dem 10er EMA im 4-Stunden-Chart bei 5.540 Punkten ungefähr oder langfristig unter der Ichimoku-Wolke im 4-Stunden-Chart bleiben, ist dann trotz möglicher Erholungen mit eher weiter fallenden Kursen im S&P 500 zu rechnen. Wir machen dann weiter mit dem Rohstoff Kupfer, der wurde im Forum nachgefragt. Nachgefragt, da sehen wir hier mit dem Ichimoku-System, dass wir hier ebenfalls unter die Ichimoku-Wolke, unter die Kumowolke gerutscht sind und damit ein langfristiges Short-Signal generiert wurde. Wir sehen bereits hier in der Vergangenheit, dass wir hier mit dem Durchbruch aus der Wolke ein langfristiges Long-Signal nach oben generiert haben, was dann auch im weiteren Kursverlauf bestätigt wurde. Dann kam es hier zu der Korrektur, die dann nicht im Bereich hier der oberen Begrenzung der Ichimoku-Wolke aufgefangen wurde, sondern es ging dann weiter abwärts und wir sind dann hier nach unten ausgebrochen, Mitte Juli ungefähr und sind dann eben auch bei Kupfer weiter unter Druck geraten. Wir konnten uns dann hier in den Vortagen etwas erholen, sind dann aber noch deutlich unter der unteren Begrenzung der Ichimoku-Wolke wieder nach unten abgedreht und auch am Vortag hier mit der sehr bärischen Tageskerze weiter unter Druck geraten. Insofern dürfte sich hier die Abwärtsdynamik höchstwahrscheinlich fortsetzen. Und bisher wenigstens ist der Rohstoff eher bärisch einzustufen. Wir haben hier dann noch den Wochenschart für Kupfer vorliegen. Es bietet sich immer an und es ist auch sehr hilfreich, dass man sich verschiedene Zeitebenen anschaut bei der Analyse, gerade auch den Monats- und Wochenschart, sowie dann in kleineren Zeitebenen den 4-Stunden-Schart. Und da sehen wir, dass wir bei Kupfer möglicherweise in Zukunft hier aus der Ichimoku-Wolke im Wochenschart nach unten ausbrechen könnten, bzw. bei einer weiteren Seitwärtsbewegung hier seitwärts aus der Ichimoku-Wolke ausbrechen könnten, womit sich dann die Lage ebenfalls weiter eintrüben dürfte. Wir werfen dann noch einen Blick auf der Seite von Saisonnex auf die Saisonalität von Kupfer. Da sehen wir, dass wir hier im Jahreschart ab Mitte September ungefähr im Einklang mit der üblichen Herbstkorrektur an den Märkten auch hier abgeben sollten und dann erst Ende September, Anfang Oktober einen Verlaufstief bilden sollten, der Korrektur und in der Folge dann aber wieder neue Aufwärtsdynamik stattfindet. Auf der Unterseite sehen Sie dann auch hier nochmal den üblichen Verlauf, einmal für die Wochentage, der Mittwoch und der Freitag. Das sind üblicherweise die stärksten Wochentage für Kupfer, wobei der Freitag noch deutlich stärker ausfällt. Und im Jahresverlauf sind die Monate Februar, April sowie dann auch November und Dezember die eher stärkeren Monate. Und dann werfen wir noch einen Blick auf die Seite von sentimentrader.com und schauen uns hier den Opticsindikator für Kupfer an. Da sehen wir, dass wir hier vom überkauften Bereich abgedreht sind und uns aktuell, wie man auch gerade am Chart dann sehen konnte, in einer Korrektur befinden. Wir nähern uns hier dann dem überverkauften Bereich an, also im Bereich von ungefähr 35 bis 25 Punkte, würden sich dann möglicherweise Long-Positionen anbieten, sobald dann dieser Bereich erreicht wurde. Das müsste man dann aber noch abgleichen mit dem Wochen- und Tagesschart bei Kupfer. Und damit wären wir dann auch wieder durch für heute mit dem I&G Markets Morning Call. Ich melde mich dann am morgigen Freitag wieder mit dem I&G Markets Morning Call und später dann mit Kommentaren noch unter dem YouTube-Video. Viel Erfolg und bis morgen! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!